Einen wundervollen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen zurück bei Gynnie, bei Skyrim, hier aus dem eisigen Windhelm. Wir haben so ein bisschen Liebeszeug zu tun, würde ich sagen. In dieser Stadt, wir müssen zum einen 500 insgesamt Gold, also Wert an Gold stehlen und wir müssen etwas hinterlegen, wie es ja momentan immer mal wieder von uns verlangt wird. Und ich glaube, in Windhelm sind wir immer noch nicht hoch angesehen, deswegen passt es ganz gut, dass wir hier zwei Quests haben. Bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt auch hinkriegen. Ich sag mal, da wo wir einsteigen, können wir natürlich auch ein paar Sachen mit rausnehmen, das trifft sich ganz gut. Ich hoffe mal, die haben so ein paar Tränke und ein bisschen hochwertigen Schmuck da. So, Haus vom Clan, grausam, ja. Geh wir doch einfach mal rein, ne? Wenn es das ist. Aber das scheint es zu sein. So, dadurch, dass es offen ist, habe ich jetzt einfach mal die Vermutung, dass hier irgendwo jemand ist. Der uns unter Umständen entdecken könnte. Ah. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal rum. Ich scheine mich jetzt hier nicht unbedingt als Fremdkörper zu sehen, was sehr angenehm ist tatsächlich. Also kann ich hier auch nochmal ein bisschen rumstulzieren. So, Tränke immer wieder gerne gesehen. In der Truhe, was haben wir da? Und ja, oh. Ja, aber hallo. Dadurch, dass ich jetzt natürlich eine Aufnahmepause hatte, irgendwas, habe ich doch bestimmt, was gestohlen wurde. War es zufällig bei der Bekleidung mit dabei? Da. So, und eigentlich habe ich jetzt auch 800 an Wert geklaut für die andere Quest. Ich gucke mal eben Vorsitzender. Aber der Stil war einem Wert von 500 Gold aus Wildheim. Habe ich doch eigentlich gemacht. Ah. Okay. Habe ich jetzt gemacht. Dann haben wir jetzt alles. Obwohl ich jetzt mit dem Diamanten natürlich ein bisschen überfragt bin. Der war eigentlich auch mehr als das, was ich klauen sollte, wert. Aber gut. Den Diamant habe ich. Die goldene Halskette habe ich hinterlegt. Auf geht's zurück. Zur Diebesgilde in der Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht den nächsten großen Auftrag in Windhelm kriegen. Dann fehlt eigentlich nur noch Markkart, wenn ich mich nicht recht entsinne. Gehen wir mal runter. Direkt nochmal zwei Quests abgeben. Wie gesagt, es fehlen ja eigentlich nur noch zwei große Aufträge. Und ein Auftrag, den wir noch machen müssen, der so ein bisschen mehr Story noch lastig ist. Das wäre natürlich auch mal ganz schön als Abwechslung. Und dann sollte theoretisch die Diebesgilde wieder zu ihrem alten Glanz gekommen sein. Was ja das große Ziel ist im Moment. Stände von Barenzia haben wir. Ich glaube dadurch, dass wir die Krone schon zusammengesetzt haben, habe ich den Diamanten jetzt auch erst gefunden. Weil der Effekt, den wir dadurch bekommen, der ist ja dazu da, dass wir mir Edelsteine finden in Thun. Habe ich mal nachgelesen. Ich habe recherchiert für dieses Let's Play. So, moin. Ich komme gleich zu dir. Jawohl, das ist erledigt. Das ist absolut richtig. Ich habe von dem grausamen Meer in Windhelm gehört, dass eine rivalisierende Gilde sich anschickt, uns in die Quere zu kommen. Oha. Und nicht nur das. Sie bescheren uns Dieben auch noch einen schlechten Ruf, weil sie ihre Zielpersonen ermorden. Begebt euch dorthin und seht, was ihr ausrichten könnt. Okay, dann ab nach Windhelm mal wieder. Aber vorher habe ich nur einen Raubzug durchgeführt. Wenn ihr weitergeht, verdient ihr euch noch meinen Respekt. Gute Arbeit. So, und dann wollen wir mal mit Thorsten reden. Schatten von Somerset. Alles klar, sprich mit Thorsten Grausameer in Windhelm nehme ich an. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen echt nicht mehr lange. Wenn ich das nächste Mal hierhin zurückkehre, werde ich mal gucken, ob ich vielleicht diesen Sonderauftrag nochmal annehmen kann, damit wir ein bisschen Abwechslung zwischendurch haben. Aber dann nähert sich das Kapitel Diebesgilde vielleicht schon langsam dem Ende. Aber ich wollte ja vielleicht noch im Zuge dessen, weil es ja auch irgendwie mit Sammeln zu tun hat und sowas einfach mal gucken, ob ich die D3 Artefakte noch mitnehmen kann. Die sind ja auch noch offen, dass ich da nochmal ein bisschen sammle. Werden wir dann sehen. So, in der Nähe von den Stellen ist es wohl. Dann gibt es Kloppe mit einer anderen Gilde, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? So, okay. Dann vielleicht auch nicht. Oder ist das jetzt wieder... Naja. Sei doch froh, dass du ein sicherer Job hast und nicht die ganze Zeit weggegrillt wirst. Immer diese Aufregung. Ich will gegen Drachen kämpfen. Nein, willst du nicht? Ist mega anstrengend und tödlich. Ich würde auch lieber so eine Brücke be- Nee, leck mich. Jetzt hat er ja seine Chance. Die will ich ihm nicht wegnehmen. Hier ist sowas passiert dann nämlich. Ich will lieber gegen Drachen kämpfen. Leute, ich will einfach nur schlafen. Ganz ehrlich. Ja, mach den mal. Äh, ach so. Hallo. Ja, das klingt auch sehr nett, aber ich hätte gerne lieber ein Zimmer. Ja, ich weiß schon, wo ich war. Schon öfter hier und hab euch alles geklaut. So, 10 Stunden Günterschlaf. War auch schon lange nicht mehr. Vielleicht hat sich bis dahin dann der Drache verzogen. Oder der, ich möchte gegen Drachen kämpfen, Kollege, hat mittlerweile gegen Drachen gekämpft. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Hier gehört der Frost-Diestelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. So, mir wurde gesagt, ich hätte, oder ihr hättet einen Job für mich. Meine Tochter Fjodli. Sie wurde vor ein paar Monaten ermordet. Sie lag in ihrem eigenen Blut auf dem Boden. Das ist aber nicht nett. Ich glaube, sie waren hinter ihren Wertsachen her. Sie trug immer viel zu viel Schmuck in der Öffentlichkeit. Als ich ihr sagte, dass sie das noch ins Grab bringen würde, hätte ich nie gedacht, das. Okay, also ich kann euch versichern, dass das niemand von der Gilde war. Ihr müsst nichts erklären. Wir sind den Methoden eurer Gilde wohlbekannt. Ja, aber wir töten ja nicht. Ich habe Wochen gebraucht, um den Mörder zu finden. Er ist auch noch ein verdammter Altmeer. Könnt ihr euch das vorstellen? Hm, die Musik ist gerade im übelsten Übepunkt. Was ist denn mit ihm geschehen? Sagen wir es einfach so. Ich glaube an das Prinzip Auge um Auge. Ah. Er war deep in einer Art neuer Gilde, die sich hier formiert. Er gab mir wertvolle Informationen bevor... Nun ja, ihr wisst schon. Okay, also am besten die Gilde auszuheben oder was soll ich genau machen? Wie ich es Delvin schon gesagt habe, denke ich, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ihr holt, wonach ich suche und schaltet dabei eine rivalisierende Gilde aus. Okay. Es geht wohl um etwas, das wir heute gestohlen haben. Genau. Eines der Stücke, das sie ihr gestohlen haben, war ein Silbermedaillon. Ein Erbstück der Familie Grausammehr. Ich möchte es zurückhaben. Okay. Wo fange ich an? Nirania ist der einzige Name, den ich habe. Sie besitzt ein Haus hier in Windhelm. Dort sollte der mit der Suche beginnen. Ich bin ein Anteurer wie ihr werden sollen, nicht Bauer. Ja. So, laut der Musik ist der Drache weg. Ja. Dann gehen wir mal gucken, ob wir nochmal Hinweise finden über diese neue Gilde. Und ersticken sie im Keim. Hallo. Infos über die Dillbils-Gilde. Jetzt. Ich bin wegen Fjotli hier. Fjotli. Fjotli. Wo habe ich diesen Namen nur schon gehört? Hm. Ach, natürlich. Das arme Mädchen, das ermordet wurde. So ein hübsches, junges Ding. Eine echte Tragödie. Okay, spart euch das Theater. Ich weiß, dass ihr etwas mit ihrem Tod zu tun habt. Raus mit den Infos, junge Dame. Wie könnt ihr es wagen? Ihr beschuldigt mich der Beteiligung an einer derart, derart ruchlosen Tat? Allein dafür sollte ich euch verhaften lassen. Ja, versuch's doch. Okay, ihr seid vielleicht ein ganz anständiger Dieb, aber ein furchtbarer Schauspieler. Erzählt mir alles, was ihr euch alter gleiche Schicksal gechört habt. Für sowas habe ich keine Zeit. Na komm, ne? Sag doch. Wir sind vom selben Schlag so gesehen. Ja gut, dann gibt's jetzt aufs Maul. Ja, siehste, geht doch. Dann mal los. Hört zu, ich hatte keine Wahl. Sie sind verrückt. Sie hätten mich umgebracht. Wer sind sie? Es ist eine Gilde von Altmeerdieben. Sie nennen sich die Schatten von Somerset. Ihr Anführer Linve ist der Schlimmste der ganzen Bande. Er bestiehlt die Toten. Das ist unerhört. Okay, er tötet seine Zielpersonen. Nein. Linve bestiehlt die Verstorbenen. Auch schön. Habständler. Toll. Ja, die machen sich's ja richtig einfach. Okay, und ihr seid da hineingeraten? Wie? Ich habe vor langer Zeit als Hehler für die Diebesgilde in Himmelsrand gearbeitet. Ja. Als Linve hierher zog, wandte er sich an mich und sagte, wenn ich nicht als Hehler für ihn arbeiten würde, würde er mich umbringen. Und dich dann beklauen. Okay, wo versteckt er sich? Wenn ich es euch sage, müsst ihr versprechen, dass ihr mich nicht tötet. Ja, euch nicht, ihn schon. Mein echter Aktivkosten für die Diebesgilde. Ich bin einer der besten Hehler in Himmelsrand. Ja, das ist doch nice. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht unsere Art. Ich bin noch in einer anderen Vereinigung, die ist ein bisschen mehr so drauf, aber die jetzt hier nicht. Linve versteckt sich in einer Höhle bei den flüsternden Hügeln. Er hat seine ganze Gilde dort. Also seht euch vor. Wenn ihr all das geredigt habt, könnt ihr jederzeit wieder zu mir kommen und ich werde meinen Teil des Handels erfüllen. Chillig. Finde ich gut. Ich finde dich sympathisch, also ist alles in Ordnung. Was ist mir für mich geschehen? Wie lange seid ihr schon im Winter? Alles klar. Ich bin noch nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja, dann heraus damit. Lasst mal sehen. Vielleicht wird ja jemand gestorben. Das ist von Falk Feuerbart im Blauen Palast. Ihr habt aber wirklich hochgestellte Freunde. Was ist los? Ist irgendwas mit meinem Haus? Was ist denn jetzt schon wieder? Weißt du, du gehst einmal irgendwo hin und schon kommt der Kurier wieder. Ich könnte ihn eigentlich mitnehmen. Brief von Falk. Güter. In den zurückliegenden Tagen kamen einige besorgniserregende Informationen ans Licht, welche die Ereignisse in der Wallschedehöhle sowie das Beschwörungs- und Bindungsritte, das ihr dort unterbrochen habt, betreffen. War übrigens eine der Sachen, die ich gemacht habe, Abwesenheit von euch für die Barenzia-Folge. Da war ja das Ziel, ein Haus in Einsamkeit zu bekommen und da ist dann der Stein drin. Angesichts eurer Beteiligung an den Geschehnissen bitte ich euch, nach Einsamkeit zurückzukehren und uns erneut zu helfen. Genaue Details bringe ich Ihnen zu Papier. Bitte besucht uns im Blauen Palast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, erst kümmere ich mich weiterhin um die Diebesgilde, danach haben wir noch mehr als genug Zeit für sowas. Wahrscheinlich ist wieder irgendwo jemand erwacht worden oder was weiß ich. So, und dann wieder zurück. Dann hauen wir mal dieser rivalisierenden Diebesgilde auf die Schnauze. Gibt nur eine Gang in der Hut. Witzig. Sind heute alle so richtig gut drauf. So, habe ich vielleicht schon irgendwas in der Nähe. Ja, guck mal, ich habe sogar die Höhle. Jetzt muss ich sie nur noch anvisieren können, weil der Pfeil direkt da drüber ist. Okay. Juckt das Spiel aber nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das muss nur geheighlighted werden, aber anscheinend ist das in Ordnung. Was ist mit meinem Kopf? Ich habe dich leider nicht verstanden. Du liegst bereits in deinem Blut. Ach ja, die Schatten von Somerset. Ich liebe sie jetzt schon. Dann wollen wir uns mal das Silbermedaillium holen. Ich habe so Lust, ein paar Leuten auf die Schnauze zu hauen, aber ich mache es so ein bisschen ruhiger mit meiner Armbrust. Wo ist sie? Kann ich nämlich auch mal ein bisschen üben wieder. Gerade bei so ein paar Dullis hier in der Höhle. Guten Morgen. In das Rückgrat. Einmal in die Klötze. Ich mag, was hier passiert. Aber natürlich habe ich mal wieder nicht meine Sägenbolzen ausgerüstet, die ich extra so in feiner Handarbeit selbst hergestellt habe. Warte mal, bevor ich da runtergehe, loote ich den einen Kollegen nochmal. Da kommen wir auch mal tatsächlich wieder ein bisschen dazu, hier Leute zu looten, während sie bluten. Immer weiter runter in die Höhle hinein. Ja, guck mal, das kreuzt sich ja tatsächlich dann auch immer von beiden Wegen, das ist doch nett. Da hat sich mal ein Architekt mit der Höhle Mühe gegeben. Das ist kein natürliches Gebilde, würde Cortana jetzt sagen. Da ist der eine Gorn. Da ist der andere Gorn. Richtig am Staff. Und man nennt ihn auch Sam Günther Fischer. Denn Günther ist sein zweiter Name. Das macht alles keinen Sinn, was ich hier mittlerweile rede. Ja, wir finden doch deutlich mehr Edelsteine jetzt. Gucke mal an. Das ist ja nett. Kann man teuer verkaufen, die guten. Schön die Treppe runter. So, ich bin weiterhin versteckt. Aber die werden misstrauisch. Gleich ist es verbessert. Ja, geh mal gucken. Da liegen zwei Leichen im Flur. Guck sie dir mal genau an. Nicht? Okay. Dann halt nicht. Dann geh ich halt einfach weiter. Doch niemand da. Wetten doch. Schön in den Schlaf gesungen. Schön ins Arschloch geschossen. Ach ja. Da sind sie dahin. Ich habe jetzt irgendein optionales Ding bekommen. Irgendwas mit die Banner zerstören. Ich hoffe mal, das geht mit einem Prompt. Aber ansonsten habe ich halt auch noch genug, was Flammen macht. Schnuppenköder. Mittlerweile glaube ich auch mehr als genug, das Ding. So. Einmal hier. Geht das? Ne. Dann versuchen wir es mal mit einer Flamme. Funken. Flammen. Ja, okay. Jetzt sind sie natürlich auf mich aufmerksam geworden. Ja, du hältst ein bisschen mehr aus. Du bist der Anführer. Ja, du endest. Ja, genau. Ich werde euch brennen sehen. Immer diese Anführer, die sich auch heilen. Ist das schon alles? Ne, noch nicht. Ein bisschen kommt noch. Oh. Okay. Er kann kämpfen. Konnte kämpfen. Entschuldigung. Dann heile ich mich mal einmal, um das auch nochmal zu boosten. Nicht, dass hier irgendwo nochmal so ein Handlanger ist, der nochmal fünfmal so stark ist wie alle anderen. Dann gehen wir wieder auf die Armbrust und dann... Schnellsprecher. Wie sich das gehört. So. Was hast du dabei? Das Silbermedaillon hast du dabei. Du hast geile Pfeile. Eine Rüstung, die ich ganz gerne hätte für die Sammlung. Und das wär's. Gut. Schön, schön. Ist hier jetzt zufällig noch irgendwo? Warte mal. Optional zerstöre das Banner. Okay. Vielleicht ist es da auch einfach dazu da, dass der hier aus seinem Raum rauskommt. Ich weiß es nicht. Tome, Amatisten, Gold, Makellos, Silberring. Heizkette des Ritters. Alles klar. So ein bisschen was mitnehmen. Streitkolbenetikette. Gutes Buch. Habe ich schon mehrfach zu Hause. Bettlerprinz. Kenne ich mittlerweile auswendig, glaube ich. Prüfung kenne ich nicht. Ein bisschen was mitnehmen an Büchern. So. Raus hier. Das war's dann mit dem kurzen, aber feinen Aufblitzen der Diebesgildeschatten von Somerset. Hat jetzt nicht so lang gehalten. Haben schön dann auf hart gemacht von wegen, wenn ihr euch nicht, wenn ihr uns nicht helft, dann seid ihr des Todes. Und wir klauen nur von Toten, weil wir nichts drauf haben und uns nicht erwischen lassen wollen. Ja, jetzt liegen sie alle blutend im Staub. Haben sie nun davon. Ja. Einmal raus, einmal zurück, einmal Bescheid geben. Das kriegen wir diese Folge noch hin. Da muss ich jetzt keine neue für anbrechen. Geht dann jetzt ein bisschen länger, aber da seid ihr, glaube ich, auch nicht böse drum. Da, 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 immer dem Wind hinterher. Himmelsrand. Halt den Rand, lol. So. Karate. Na gut, er ist jetzt nicht so weit weg. Ich denke mal, da werden wir nochmal gute 10 Stunden Günterschlörf reinschieben zwischendurch. Oder wir treffen ihn doch noch des Nachts, da, wo man solche Geschäfte in der Regel auch bespricht. Die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Schön. Es schmerzt mich, dieses Medaillon zu sehen und an Fjotli erinnert zu werden. Aber ich bin froh, dass es wieder dort ist, wo es hingehört. Sagt Delvin, dass er meine Unterstützung für die Diebesgilde in Windhelm hat. Mach ich. Ja, ich sage ihm auf jeden Fall Bescheid. Werte Abenteurer, wie ihr werden sollen, nicht Bauer. Ja, die hat ihm der Veränderung hinzugefügt. Alles klar, dann sagen wir Delvin Bescheid. Aber wie gesagt, ich habe es versprochen, wir pennen erstmal. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht nachts in irgendeinem Schneesturm anfangen aufzubrechen. Gehört mir das Bett noch? Ja, easy. Die guten 10 Stunden. Dann machen wir uns dann morgen nach einem deftigen Frühstück oder auf dem Weg nach Hause. Beziehungsweise noch nicht mal nach Hause. Meine Kinder erkennen mich wahrscheinlich schon gar nicht mehr, aber... Seid auf der Hut. Der Schlechter könnte ihn... Stimmt, wir haben ja immer noch so einen Mordfall. Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist, fürchte ich um meine eigene Sicherheit. Ja, ich glaube nicht. So. Wieder nach Rifton. Ab in die Diebesgilde kurz Delvin Bescheid geben. Und dann wieder neue Aufträge einholen. Für Markhardt hoffentlich. Ich werde auch mal zusehen, dass ich jetzt wahrscheinlich dann auch mal gucke, dass ich keine anderen Aufträge mehr annehme. Mit wem langsam aber sicher mal durchkommen. Das andere, was natürlich ist, ist, dass jetzt unter Umständen noch eine andere Quest freigeschaltet ist. Aber da werde ich erstmal gucken. Das versuchen wir dann in der nächsten Folge mal herauszufinden. Es sei denn, ich werde jetzt direkt angequatscht. Kann natürlich auch passieren. Ab in die Flasche. Ich habe erstmal einen Sonderauftrag ausgeführt. Ich war sehr erfreut darüber, dass der Tod seiner Tochter gerecht und ihm das Familienerbstück zurückgebracht wurde. Kein Thema. Hat sich bereits daran gemacht, die Basis für einen Gildenstützpunkt in Windhelm aufzubauen. Das Verbrennen der Flagge war eine feine Dreingabe. Jetzt sollten die Schatten von Somerset verstanden haben, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Ich will es hoffen. Erfolg bedeutet, dass die Gilde wächst. Wir haben einen weiteren Händler und einen neuen Rekruten aufgenommen. Ach, guck. Das Leben als Dieb ist für euch wie geschaffen, nicht wahr? Ja, und als Magier, als Mörder, als sowieso. Ehe ihr euch verseht, wird euch sogar Wechs Respekt zollen. Das wäre doch mal etwas, oder? Hätte was. Gut, extra Arbeit machen wir jetzt erstmal noch nicht. Guck mal kurz den Händler an. Ist das jetzt die Hehlerin oder ist die ein Windhelm? Weil so wie das klang, bleibt die halt ein Windhelm und ist dann immer Ansprechpartner für uns. Ah, guck mal, einen Schmied haben wir jetzt. Guck mal, Ansgar Klubmeister, alles klar. Will ich eine neue anbieten? Chill ich. Alles klar. Dann möchte ich aber kurz einmal, obwohl das machen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr, da müsste ich einmal kurz mitreden in der Hoffnung, dass es vielleicht Neues gibt. Aber ich würde sagen, erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir mal schauen, ob ich nochmal andere extra Aufgaben kriege und ansonsten werden wir uns um Markkart kümmern. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Gelöter da lassen. Wir sehen uns die Tage mit dem üblichen Zeug oder bei Skyrim oder einem anderen Projekt, je nachdem, wie es euch beliebt. Macht es gut, bis dahin und tschüssi. Wir sehen uns die Tage mit dem üblichen Zeug.